Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, mit mir den Kamin. Mangel in Munition, aber das hält uns nicht auf. Ja, bei dem Wetter bin ich mir nicht so sicher. Wir haben nämlich gestern eine Quest angenommen und eine Schatzkarte und alle, die wir die Kamin haben, das ist schön. Weil das eine geht uns wahrscheinlich nicht ans Leder, das andere eher schon. Naja, schauen wir mal. Aber erstmal holen wir uns die Kiste. Die sind nämlich 1,1 Kilometer entfernt und die sind 1,2 Zentimeter. Die müssen wir erstmal hinter uns bringen und dann die Quest. Ja. Ne? Kriegen wir schon hin. Ich hoffe nur, dass da hier noch Munition drin ist. Also, dass da generell Munition drin ist. Oder eine Schrotzund-Munition. Jawohl. Aber mir wäre lieber eigentlich Munition und Pump-Action. Weil mehr Munitionsverschleiß in dieser Richtung. Das wäre schön. Schön werdet. Aber gut. Wollen wir sich ja Ziele setzen, ne? Boah, jetzt hätte es ja hier wenig Snowflögen können, so regnen, oder? Mann, oh. Sag mal, hab ich jetzt in den zwei, drei Folgen? Ne, hab ich nicht. Also nicht so schnell. Ich glaube, da ist es doch schon. Naja, ja, eh doch. Du blödes, das ist jetzt so eine Loot-Kiste, ne? Also, genau das ist das Problem. Naja. Hat ja unseren großen Schlüssel. Hallo. Ich muss ja den großen Schlüssel nutzen. Ich hab doch nix. Aber es wird langsam Zeit für Dietrich, ne? Da muss ich mal raus, wa? Dietrich herstellen. Na denn? Ah, hab ich doch gesagt. Munition. Noch mehr Munition. Ganz viel Munition und ganz viel Geld. Genau meins. So, und dann würde ich mal sagen, äh, erstmal nach Hause. Dit alte Zuhause. Jo. Dit ist nix hinzuzufügen. Und denn, äh, würde ich sagen, die Brüche machen. Und denn die Quest. Gute Idee. Das ist ne gute Idee. Ey, so will ich mir jetzt ein. Weil jetzt lass mal da in der Quest ein Tresor sein. Dann klopp ich ja nochmal rum. Da denkst du dir dann auch ein bisschen kloppi. Ich muss mal gucken, ob ich denn auch schon in Sachen Elektrozeug bauen kann. Ist das unmöglich? Was mach ich denn hier? wieder zu Bs. Ach so, stimmt ja. Bin ja auch richtig, aber, äh, muss nur rüber. genau. Man sieht keinen Unterschied. Oder sie im Feld grün ist und nicht verbrannt. gesagt, deswegen Stück für Stück machen wir. Hallo? Und runter mit dir. So. Ja, ja, ist doch gut. So, warte mal. Das nimm ich mit, nimm ich mit, nimm ich mit, nimm ich mit. Nimm ich mit. Ja, ja, ist doch gut. Das ist schon was. Und irgendwann sind wir denn so weit, dass ich denn sagen kann, jetzt müssen wir komplett umziehen. So ne Scheiße. Aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, gut. Ich bin nun da in den Keller und produziere Dietriche. Und Munition natürlich. Dietriche. Upsi. Weil das hab ich nämlich nicht mehr. Ich bin jetzt an der Überlegung, ob ich da noch so eine Werkbank mitnehme. Ne, das machst du nicht. Es bleibt alles schön da, wo das. Hab ich wirklich nicht mehr. Naja, gut. Sechs Stück. Na, das sind aber sechs Dietriche, ne? Also. Also. Ja, damit. Erstmal sechs Stück haben, ne? Also. So ist es ja nun nicht. Und dann machen wir gleich mal die Munition nebenbei und dann machen wir dann schon mal ein bisschen mehr. Ist doch schon mal was. Ach hier, das hab ich ja auch noch. Aber ich seh jetzt ja gerade keine Geschossspitzen. An was hat es denn gelesen? Na, wahrscheinlich am Blei. Hab ich nicht. Was mach mal nun? Ja, gut. Dann würd ich erst mal sagen, dass wir mal Tiere. Das bringt mir ja nichts. Erstmal. Also, alle, zurück hier. So. Obwohl, wenn ich das habe, kann ich mir das ja trotzdem herstellen, ne? Gut, aber wenn ich sterbe, ist es immer so eine Krux, ne? Ach, ich lasse es hier. Ich werde schon so eins wie Munition. Ich hab... Ich mach doch ja nichts. Was soll das? Nee, ich bin ja nicht da. Ich hab hier die Dinger hergestellt. Mädel, was willst du von mir? Ich bin physisch ja nicht anwesend. Ja, ja, komm her. Wir rennen in die Spikes. Gala. Das sind's wir. Oder sie hat schon geschrien. Ah, ja. Hier sind wirklich zwei. Zu spät. Blöde Kuh. Wie kann das sein? Jetzt sind es drei. Ja, zwei haben die erreicht. Probier's mal. War eine gute Idee gewesen, nach Hause zu kommen. Tolle Ding. Tolle Ding. Ich sag euch. Naja, vielleicht kriegt ihr ja noch ein Präsent oder so. Warte, kotzt. Das ist zum Kotzen. Da kommst du eben mal nach Hause und dann kriegst du hier eine Grüße und so. Gerade nochmal so entschärft. Den gut. Jetzt ist aber hier Ruhe. Und mit was krieg ich hier nix, alter. Und mit was krieg ich hier nix, alter. Ich komm hier nur her, um Stumm zu machen. Das kann ja wie wahr sein. Nix. Alles für nix, alter. Naja, gut. Nahrung können wir uns herstellen. Danke, Frau Schreierin. Heute noch. Das ist eine gute Idee gewesen, hierher zu kommen. Die ist so gut gewesen, dass ich gleich wieder weg will. Holle Ding. Nein! Oh. Das ist die Schreierin dann schuld gewesen. Gut, dann nehm mal von ihr. Ne, ich muss ja von Jinn ne Quest annehmen. Das geht ja so nicht. Och Mann, ey. Konzentrieren sie sich. Ja, wie denn das bei denen hier schreie oder wat? Ach, gut. Ich geh schon mal ne neue Quest holen. Also, bis gleich. Da hab ich gedacht, das sparsst du mit der Munition. Kommst du nach Hause? Na gut, aber dafür haben wir jetzt wieder Eier. Also, nahrungsmäßig, äh, sind wir wieder ganz oben. Ich hab die Quest verkackt. Und weiter geht's. Oh, Musiker will er da lang, wa? Ach, Mann. Vielleicht bauen wir uns den Berg da noch ab. Ich weiß nicht. Ich halte jetzt gerade für ne UDG. Leckert, leckert, leckert. Äh, jetzt sag ich jetzt nicht schon wieder. Ich wollte jetzt gerade sagen, geht's schon wieder hier runter? Ne, diesmal nicht. Alter, ich hab hier einen Bären gesehen. Ey, keine Ahnung. Jede Menge Fantasie. Ich sag euch. Ist dit nicht dit? Wo ist ein Polymanzei-Auto? Ne, ist dit nicht. Aber das Gebäude kennen wir schon. Also, wie gesagt. Und wir wissen, dass hier ne Sau ist. Das heißt, wir haben Fleisch. Potenzial. La Potenziala. Oh, dann heißt das auch, hier ist, oh, Kopf und so, wa? Gut. Letztes Mal waren auch Soldaten. Das war ein Koliko, oder wat? Musstig. Ne, hat sich nicht angekündigt. So, dann machen wir uns mal kurz leer. Alter, dann hab ich jetzt hier. Niederösch, technischerweise. Schon mal will er einen Stuhl nach vorne gemacht. Nice. Gut. Na, dann wollen wir mal, wa? Dankeschön. Ich hab fast vergessen. Wolltest du, technischerweise. Lüchte, die ganze Sache. Ja, ja, ich weiß. Kommen Sie mal bitte nach vorne. Hab ein Level gemacht. Krass, wa? Ja, schön aufgeräumt hier, wa? Saubere Zombies. Sieht man auch nicht alle Tage. Schnabel. Du Tier, du. Du Schnabel-Tier, du. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Denn die brauchen wir. Achso. Warten Sie mal ganz kurz. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Es gibt ja schon so viele Türen. Also, nehmen wir sie so mit. Na, komm. Es sind Funze. Funze-Dinger machen. Funze-Dinger. Ich mag das nicht, wenn die Funze-Dinger machen. Böse Funze-Ding. Er hat ja nicht kapiert, wo es drin geht. Kruzifix. So, und da müsste eigentlich... Ne, da sind die Hunde drin. So war das gewesen. Jawohl. Das heißt, wir werden das erstmal alles aufzäunen, so weit wie geht, und dann aber von der anderen Seite reinigen. Jo. So wird das laufen. So, ich würde mal sagen, der erste Raum ist durch. Nicht der Raum, bitte. Nee, doch nicht. Dann nehmen wir mal nach oben, und dann... Natürlich fräse ich mich da durch. Auf so einen Sachen lasse ich mich ja nicht erst ein. Hier wird nach meinen Regeln gespielt. Das sind meine Regeln. Erstmal alle Gluten schon in voraus. Ich hab noch nicht mal reingekickt, was das war. Auf jeden Fall warten wir mal die Ziele, ne? Das ist ein Funzel gewesen. Der macht nicht mehr Funzel. So, was hab ich denn gekriegt? Ich will schon, was ich austausche. Ist zwar Einzelschuss, ne? Aber das kann man ja verbessern. Nice. Hey, wo ist denn die Farben? Ah, da. Cool. Jetzt sieht's los. Ramba, Zamba, Alter. Aber mal richtig Ramba, Zamba. Ramba. Jetzt muss ich das Ding bloß noch auf Automatik kriegen. Aber gut. Ich hab mich gerade schon so gefreut. Ha. Ein theoretisch, wenn, dann solltet ihr ja schon rausgekommen sein, aber... Ach, ja. Naja, gut. Ist Automatik irgendwie, ne? Also, warum hab ich... Naja, gut. Okay. So, ich würd mal sagen... Dit ham wir auch... Doei. Jo. Ach, nee. Kommst du jetzt hoch oder nun nicht? Heiße Sache. Warte mal. Den kriegen wir doch so. Ich warte nicht. Der ist bloß umgekippt. So wie du. Gut, das ist jetzt nicht die erste Wahl, aber... Besser jetzt das davor, ne? Nein, nein, nein. Ist das das? Ist das... Ne, ist das nicht. Hallo? Wer ist denn da? Also, auf jeden Fall ist hier jemand. Jemand. Na denn. Zeigen sie sich mal. Ach so. Ach so. Na ja. Jutta, ich sollte damit aufhören, weil wir wissen ja, wie gesagt, große Klappe und so, ne? Also, ganz schwerer Fall nach unten. Muss. Hau. Hau. Gut. Aber im Teil, die Knifte macht das auch irgendwie leichter, ne? Ja, gut. So solltet ihr auch sein. So, gut. Da waut sie. Aber wie gesagt. Da kennt der Kabin ja schon. Was soll denn das? Was soll denn das? Das dafür. Dass er mich einfach runtergeschubst hat. Dreck, ja der. Das war so nie geplant. Dreck, ja der. Hä? Konnte der mich da runter schubsen? Der stand bestimmt da irgendwie doof, ne? Oh, ja. Jetzt, in diesem Moment, ja, ist logisch. Und da habe ich aber eben ganz schön aus der Doof-Rosse-Waschee-Kick. Das sage ich euch. Aber halt unter Kontrolle. So. Hier müsst ihr alle draus sein, ne? Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich sehe, hier ist noch Loot. Und das kann hier sein. Gut. Ach so. Ah ja. Gut, jetzt. Ah ja. Ah, jetzt ja. Was haben wir denn da? Ein Tresor, den ich vielleicht aufkriege? Sag ich doch. Ja, 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 ja. So, dann liegt man nochmal hoch, ne? Dann holen wir uns den Ehen. Ach so. Andere Zimmer. So, hier waren wir schon. Da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Naja, gut. Dann heißt das jetzt wohl raus. Da schiebt der mich. Der muss von da irgendwie kommen sein. Von da. Und dann hat er mich runter jetzt. Oder so. Keine Ahnung. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Aber ich war doch hier schon drin. Ach, über mir. Äh, oben. Auf dem Dach. Wenn ich erstmal gegen die Tau komme. Ich muss ja einen Weg nach oben nehmen. Und normalerweise wäre ich jetzt ja quasi hier erst in den nächsten Bereich reingekommen. Aha. Ja, bin ich denn doof? Natürlich kommst du nach oben. Äh. Das war das? Nee, dann ist es doch nicht. Gut, ich habe jetzt gedacht, äh, die Leiter, wo ich jetzt hochgelaufen bin, geht weiter. Das ist nicht der Fall. Hinterhof. Umhof. Hier irgendwas übersehen. Auf der anderen Seite, ne? Vielleicht da. Na komm. Ey, ich jetzt? Oder ich mach das jetzt hoch. Das ist natürlich hochmöglich. Ach, du blöder Vorrede. Gut, mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, nicht mal annähernd. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, Quest abgeben. Alter, Falter. Aber trotzdem schön. Weil ich die Knifte gekriegt habe. Sehr, sehr schön. Schrotze wäre natürlich hochschön gewesen, aber gut. Kann ich alles haben, ne? Nicht alles. Jetzt muss ich erstmal bloß mit den ganzen Tafeln an der Hose kommen. So, wir haben fast unser Ziel erreicht und ich bin über den Berg drüber. Eh, naja, gut. Jetzt müssen wir unbedingt mal zum Futtern kreieren, ey. Die ist schon wieder... Wollte anfangen. Gut, ich habe hier noch ein... Eier in der Tasche, ne? Also... Könnte ich auch so essen. Eier Klub, das werde ich auch machen müssen. Was soll ich denn jetzt noch als Belohnung bekommen? Na, K. Oder ein Schrotze? Sie haben ihr Ziel erreicht. Holen Sie bitte Ihren Lohn ab. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt kriegen. Staune vor allen Dingen, dass wir bis jetzt noch kein Dings hatten. Ich will den Teufel nicht an der Wand machen. Auf keinen Fall... Will ich nicht. Kann ich jetzt nicht brauchen. Schöne Ding. Schöne Ding. Jetzt macht es auch Sinn, warum wir letztes Mal die Munition gekriegt haben. Nahrung. Steht da? Aber das ist gerade mal eh in so einem Schnitzel. Was soll ich mit ehem Schnitzel? Ich nehme das jetzt einfach. Weil ich ja nichts habe. Na gut. Ist jetzt nicht das, was wir haben wollten? Ich habe jetzt gedacht, naja, hier gibt es 35 Nahrung, ne? Das bringt doch schon ein bisschen was. Also erstmal nach Hause. Also da nach Hause. Und dann würde ich mal sagen... Ist es vielleicht soweit für die nächste Quest. Aber nicht heute. Denn der Kabi macht jetzt gleich eine kleine Pause. Jo. Er muss jetzt erstmal Sachen machen. Also Leute. Hat es euch gefallen? Wenn ja, Däumchen, Träumchen nicht weisen. Macht euch einen schönen Tag. Ich würde mal sagen, ich bin dann erstmal nach Hause. Tschüüüüüü!